Und da sind wir im nächsten Teil unseres Let's Plays, oh, meines Let's Plays von Super Mario World 2, Yoshis Island. Wir haben im letzten Teil Birks Festung besiegt mit unserem gelben Yoshi, sind jetzt mit unserem lila Yoshi im Level 5 unterwegs. So, Dschungel, was, 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 was? Dschungelfieber. Okay, okay, okay. Das fängt schon mal gut an. Kann man es nämlich auffüllen. Nein. Okay, was soll mir das hier sagen? Das ist ja sehr verdächtig hier. Nee. Oh, das sieht so süß aus. Guckt mal, wie er sich die Augen zuhält. Okay, da war nix drin. Zack. Meiner. Ah! Ah! So, was ist eigentlich, wenn ich jetzt hier... ...das kaputt mache? Hm, da ist nix dran. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre irgendwas drin. Oh. Okay, das war jetzt wieder meine Katze. Ähm... Dann, dann... Moment. Hier noch gucken, ob da irgendwas drin ist. Nein, da ist nix drin. Hier wieder auffüllen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe heute wieder ein letzter Travel hochgeladen. Und... Oh, Moment. Oh, das war gut. Nein, das war schlecht, das war schlecht. Hallo. Ja, wie gesagt, wieder ein letzter Travel hochgeladen. Und, ähm... Ich hoffe, es gefällt euch. Na, nicht, 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 nicht kaputt machen. Äh, die Adventskalendertürchen. Ich bin begeistert, wie gut die bei euch ankommen. Ich hätte nicht damit gedacht, dass die so gut bei euch ankommen. Aber... Man lernt ja nie aus. So. Vielleicht machen wir mal Putt. Nichts. Äh, das machen wir auch Putt. Ist da was drin? Nein, da ist nix drin. Äh... Es ist schön, dass wir hier so viele... Oh, da war aber, glaube ich, was drin. Kann das sein? Ah, ein Geheimnis. Wollte ich das sagen? Ah, Sterne. Hm, hier. Probieren wir es nochmal aus. Hm, okay. Oh, ich glaube... Oh, 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 oh. Ach, der macht dasselbe, okay. Ich muss nach oben. Tja, wie soll ich da jetzt? Da unten ist auch noch eine. Okay. So, die rote Münze ist mir sicher. Zack. Oh, ich habe, glaube ich, noch ein Ei. Die ist mir auch sicher. Ach, Käse. Na, schade. Komm mal her. Ich brauche dich. Okay. Na, das war... Ach, gucke an. Komm, ich brauche jetzt... Ich brauche jetzt den Geist. Komm, komm, komm. Nein, er kommt nicht mehr. Nein, so war das nicht gemeint. Das war meine Katze. So, so war das gemeint. Ach. Ein Stern ist hin. Da komme ich auch nicht dran. Egal. Na. Egal. So, wo sind wir jetzt hier? Wow, 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 wow. Wie sieht es hier aus? 18 Sterne. Och, vier Münzen nur. Und zwei Blumen. Naja. Ich tue mich immer so schwer, die ganzen Münzen zu finden. Ja, toll. Moment, kaputt machen. Ne, da war nichts dran. So. Zack. Ah, Käse. Her damit. Her damit. Und her damit und... Ne, her damit. Oh, habe ich schon wieder? Oh, no, 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 no. Hm. Nein! Hä? Oh, nein. Scheiße. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Es ist jetzt alles weg. Ich darf jetzt alles nochmal machen. So, hier fangen wir wieder an. Ach, das ist doch scheiße. Das ist so richtig ärgerlich. Wow, nicht nochmal. Wo war jetzt hier das Geheimnis? Wo war jetzt hier das Geheimnis? Da war es nicht. Komm her. Komm her. Ah, nein. Komm her. Komm her. So. Sehr schön. Hallo, hier bin ich. Ah, ha! Möse! Okay, das ist, glaub ich, noch eine... Ah, da müssen wir doch dran kommen! Da kommen wir halt so dran. Moment, irgendwo hier war doch noch ein Geheimnis. War das hier? Ja, es war hier. Münzen! Ah, schön! Naja, okay, ein Vorteil hat das hier, dass wir jetzt wieder von vorne anfangen. Aus Fehlern lernt man. Naja, die meisten jedenfalls. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh. Ah, ein App! Wo hält der sich denn dran fest? Oh, nicht schlecht. Oh, 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 oh! Oh, das war knapp! Oh, ich hab alles, ich hab alles! Ah, haha! Nein! Ich wollte doch gar nicht springen. Na, okay, schade. Ah! So. Jetzt aufpassen hier. Wenn, hier war nix dran, oder? Nein, da war nix dran. Oh, 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 oh! Nee, da bin ich jetzt lieber vorsichtig. Hallo! Wie soll ich die denn... Nein! Ich war klüger! Ah, jetzt an! Jetzt steh ich richtig. Na! Mann! Ah! Es lohnt sich! Okay, ich bin... Ah! Okay. So, jetzt müssen wir hier oben die roten... Okay. So weit, so gut. Dann hier rüber. Sehr schön, sehr schön. Ah! Ah! Die haben wir auch sicher. Moment, jetzt will ich mich hier mal noch schnell auffüllen gehen. Halt, 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 halt. Eins und zwei. Wow, 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 wow. Okay, wieso weiß ich, dass ich da vielleicht rein muss? Ah, ha, ha, ha. Schön, schön, schön. Okay, da ist einer. Äh, on the door. Nee, da geht's nicht. Rein. Das war Katze. Ah, kaputt machen. Man, kaputt machen. Man muss auch das Richtige kaputt machen. Nein! Ich wusste es. Ich hab gerade noch dran gedacht. Ah, du blöder Mistaffe, du blöder. Mein geht kaputt. Runter gucken. Haha, halt, nein. So. Oh Gott, ist das hier gut, dass ich das alles so rauspulvere hier. Wie soll ich denn da dran kommen? Ich probiere jetzt mal was. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Ja, danke. Und jetzt? Weiter gucken. Ja. Also, so geht's nicht. Was ist, wenn wir das... Ah, so, okay. Aber die Münze haben wir trotzdem nicht gekriegt. Schade. Dong, dong, dong. So, weiter geht's. Ah, Stress lass nach. Da kann man uns wieder auffüllen. Das ist wichtig. Das ist nämlich hier unsere einzige Möglichkeit, uns zu verteidigen. Ah, da, 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 da. Oh, 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 oh. Ich glaube, das war eine große. Kann das sein? Käse. Nein, 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 nein. Ja, ja. So, so. Ja, Freunde, sorry, aber ich hätte jetzt wieder ganz von vorne anfangen müssen und, äh, ich meine, das muss nicht sein. Ach, Quatsch. Falsche Taste. Das ist für mich nervig und für euch auch. Das ist ja ähnlich wie bei Megaman. Ich meine, das kennen wir ja. So, die will ich nicht. Er ist schon wieder. Ach, guckt euch das an. Moment, hatte ich nicht. Doch, zehn Sterne hatte ich. Muss ich am Ende aufpassen. So, hau ab. Hau ab. Na also. Runtergucken. Ah, schon wieder so einer. Nein. Baby Mario, ich komm nicht. Oh, ja, ja, komm hier. Ah, nein. Fünf, vier. Ah, schnell weg hier. Ah, ja, 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 ja. Ach, das kann doch nicht da sein. Das kann doch nicht wahr sein. Moment, wo ist das Ende? Ist hier irgendwo... Ah, ich muss da hoch. Okay. Hier gibt's doch irgendwo einen Peace Witch. Und... Nur... Oh. Okay. Und tschüss. Gut, äh, ja. Wir sind wieder da. Ah. Da hab ich gedacht, ich mach jetzt noch schnell einen Teil. Ah, ja, 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 ja. Oh, 17 Sterne. Moment, wenn ich schon hier unten bin. Wo geht's hier hinten hin? Ey! Das ist mir jetzt egal. Ich fang eh gleich wieder von vorne an. Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Komm, hau ab. So. Nummer eins. Ah, ha, ha, ha. Hoppla, verkehrt. Verkehrt! Eins. Daneben. Zwei. Oh. Moment, wenn ich jetzt hier ganz zurückgehe. Ich glaub, die Gegner kommen nicht wieder, oder? Ach, ich hab noch... Der gute Josch hat ja noch den Mund voll. Ne, ich glaub, die Gegner müssen... Ja, die Gegner bleiben weg. Oh, wie gut. So, komm. Hallo, wie... Hab ich das denn gerade gemacht? Na, also, so. Muaah! So, und jetzt nochmal. Und treffen! So, wo sind wir jetzt hier? Da können wir runter. Ah, schön, schön, schön. Komm ich da jetzt weiter? Ne, 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 ne. Da gehen wir, da gehen wir in die falsche Richtung. So, wir sind endlich hier. So, hier muss ich erstmal wieder auffüllen. So, aber wo ist jetzt dieser Olle Peace Witch? Tja. Sterne, Sterne, Sterne. Na, ah! Ihr elenden... ...Saftis. Boah. Da ist er doch! Ups! So, bei einem, bei einem, bei einem, bei einem. So, hier muss doch auch irgendwo... Ach, schade. Upsa. So, da gehen wir doch gar kein Risiko ein. Und hier... Zack! Oh, ich glaube, wir haben alle fünf, ne? Ja! Das schreit aber hier nach 100%, Freunde. Okay, da komme ich nicht durch. Käse. Da komme ich nicht hoch. Komm her. Zack! So, ich muss hier, dann hier... Eieieiei! Zack! Oh! Na, komm schon! Aha, 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 aha. Ja! Moment, Freunde. Die vier, die ist es mir wert. Die sind es mir wert. Quick, go! Jawohl, wir haben 100%. Mein erstes Level mit 100%. Schön, schön, schön. Ach, kein Bonus. Toll. Tö, 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 tö. Ah, schön. Ja! Ah, ha, ha, ha. Geil. So sieht das also aus. Ah, Freunde, ist das sicherlich. Schön, schön, schön. Zack! So, brauner Yoshi. Ich bin gespannt, Freunde. Ich hoffe ja auch, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin. NRW über 18 hat jö. Äh... 6. Schließend.